Hallo und willkommen zu einem tollen kurzen Video. Diese, irgendeine Mitschülerin schon aus der Vorschule, diese ganze, die geht mir schon auf die Nerven, wie sie mich komplett macht. Ja, sie ist kleiner als ich, obwohl sie älter ist. Ich bin elf, sie ist dreizehn, aber ich bin 1,45 Meter und sie ist nur 1,38 Meter, wie diese ganze mich komplett macht. Ach ja, das Mädchen kann man sich nicht mehr zutrauen. Am liebsten würde ich sie nach Amerika schicken. Das kann ja keiner mehr aushalten. Und sie ist so aggressiv. Einmal hat sie die Ellen nochmal die Aache gerissen. Nur weil sie etwas nicht durfte. Deshalb mag ich sie überhaupt nicht. Okay, dann tschüss und abonniere mich. Also, ich habe auf die Nerven, wenn ich die Machen gar nicht reconnaßeuele mich. Vielen Dank.